Hallo, hallo. Wir fangen an. Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Abendveranstaltung Migrantische Perspektiven für die Gesellschaft der vielen. Das ist jetzt der letzte Teil eines schon sehr langen Tages, der hier im Aquarium stattgefunden hat. Und ich wollte nochmal an dieser Stelle vor allen Dingen dem Team vom Aquarium, namentlich Richard und Claude, ganz herzlich danken für die wunderbare Betreuung heute Abend. Ich bin nochmal gebeten worden zu fragen, ob jemand nicht mitgekriegt hat, dass da Dolmetschgeräte ausgegeben werden. If anybody needs translation into English, German-English, English-German, there are headphones. Okay, mein Name ist Massimo Perinelli. Ich bin Referent für Migration bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und mit dem heutigen Tag ist der Young Migrants-Blog an die Öffentlichkeit getreten. Das war ein langer Weg, der fast zwei Jahre gedauert hat. Und ich möchte kurz was zu der Entstehungsgeschichte und der Idee dahinter erzählen. Der Ausgangspunkt war ein Eindruck, dass etwas in der Stiftung fehlte, in der politischen Bildungsarbeit fehlte, nämlich eine Wahrnehmung einer migrantischen Perspektive, einer postmigrantischen Realität, dass sozusagen die Stimmen der vielen in den Institutionen, auch in dieser, eben fehlten. Und dass wir die aber brauchen, um eine gute Arbeit zu machen. Wir haben daher nach einem Format gesucht, wie wir uns auf die Suche machen können, jetzt nicht wie sonst sozusagen in der Bildungsarbeit an die Leute ranzugehen, sondern tatsächlich mal die Perspektive umzudrehen und auf Empfang zu schalten und eben diese Stimmen einzusammeln. Rausgekommen ist ein bewusst digitales Projekt, ein Blog, weil der die Möglichkeit bietet, natürlich, dass die Leute überall, wo sie sind, in ihren Orten, in ihren Gemeinden, wo sie wohnen, zu Hause, eben das nutzen können, reingucken können und gleichzeitig aber sich eben auch daran beteiligen können. Dieser Blog war eine gemeinsame Idee von zwei Bereichen aus der Stiftung. Einmal dem Bereich Migration und einmal dem Bereich Jugendarbeit, für den Ann-Kathrin Lebun steht, die auch da ist und die heute auch das zweite Panel moderieren wird. Kurz zum Namen, weil das irgendwie immer die Diskussion ist, Young Migrants Blog, wieso eigentlich Englisch und wieso eigentlich Young und wieso überhaupt Migrants. Das stimmt vorne und hinten nicht, das ist uns auch bewusst. Young ist tatsächlich in dem Sinne gemeint, eher ein weniger arrivierter, also nicht so ein etablierter Schreibposition und Migrant bedeutet vor allen Dingen, dass wir Menschen ansprechen wollen mit Rassismus-Erfahrung, mit dieser Perspektive, mit dieser Haltung. Wir machen keine Passkontrolle und auch keinen Ethno-Check. Insofern können da auch alle mitmachen, aber uns ist eben so eine bestimmte Haltung da drin eben wichtig. Wir haben dann angefangen im Januar 2017, da fing alles an. Wir haben ein Kick-Off-Treffen gemacht in einem Mediaspray-Startup-Unternehmen von einem alten Genossen von Kanakatak, der sich mittlerweile so ein Riesending dahin gebaut hat, um nochmal so ein anderes Ambiente zu schaffen als das, was unsere Stiftung bietet und haben Ausschreibungen gemacht und es sind 50 Leute gekommen aus ganz Deutschland, junge Leute, die Lust hatten, tatsächlich zu schreiben, die ein Bedürfnis hatten danach, ihre Eindrücke, ihre Geschichten zu erzählen und dieses Projekt eben zu unterstützen. Wir haben dann daraus den ersten Autorinnenpool gebildet und eine erste Redaktion. Das ist natürlich, wie die Klügeren von euch oder die, die klüger als wir sind, denken können, kolossal erstmal schiefgegangen, weil es natürlich ein Problem ist, dass wenn eine Institution ankommt sozusagen von oben und sagt, wir sind interessiert an einer Bewegung, an einem Blick von unten, dass das natürlich clashen muss. Das ist es auch. Es gab immer wieder große Rückschläge da drin. Auch die technischen Herausforderungen haben wir total unterschätzt, weil wir da auch nicht so ganz fit sind. Und jetzt sind sie heute nicht mehr da, heute Morgen waren sie da. Wir wollen nochmal dem Team von MediaStake eben auch nochmal ganz herzlich sagen, die uns diese Seite dann gebaut haben, diese sehr schöne Seite oder sehr schön gebaut und die uns aber auch immer in diesen Workshops ein bisschen technisch fit gemacht haben. Herbst 2017, also über ein halbes Jahr später, sind wir dann online gegangen mit den ersten Texten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen die meisten von euch, haben da schon mal reingeguckt. Nehme ich mal an, wenn ihr hier sitzt. Seitdem bessern wir nach, bauen das auf, haben die Themen erweitert, die Spektren erweitert, fallen auch die Sprachen. Der Blog, auch um sozusagen diese Bandbreite des migrantischen Wissens einzufangen, ist auf Mehrsprachigkeit aufgebaut. Das heißt, man kann in jeder Sprache, die man möchte, da drin bloggen. Und wir veröffentlichen die. Dieses, wie jedes gute Projekt, ist das eben auch ein kollektives Projekt gewesen, an dem sehr viele Menschen beteiligt waren. Rebecca Gotthilf will ich an dieser Stelle nennen, die ein halbes Jahr dieses Projekt mit betreut hat. Vor allem aber möchte ich einen Menschen erwähnen, eine Person, ohne die es diesen Blog nicht gäbe, die das Gesicht des Blogs ist und auch sein Herz, sprich der Motor, nämlich Maura Manni, die hier vorne sitzt, die uns seit über einem Jahr unterstützt und dieses ganze Projekt wahnsinnig toll managt. Genau, sie moderiert auch gleich das erste Panel und wird auch, sie ist auch Autorin, wird auch gleich bei der Lesung mitmachen, also ihr werdet sie auch noch besser kennenlernen können. Genau, aber da auch nochmal mein Dank jetzt an dieser Stelle. Heute also gehen wir an die Öffentlichkeit damit. Wir haben uns vernetzt heute bei dem Barcamp, tagsüber mit anderen Social Media Projekten, mit antirassistischen Projekten. Das war ganz toll und wir stellen uns hiermit sozusagen auch zur Diskussion. Das haben wir heute gemacht und das werden wir heute Abend auf dem Podium eben fortführen. Wir stellen uns zur Diskussion mit dem, was wir wollen mit diesem Blog und ich möchte kurz nochmal was zu der politischen Idee und dem Ziel eigentlich dieses Blogs kurz was dazu sagen. Was soll eigentlich dieser Blog? Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt verdammt nochmal. Diese Zeile rappt Mike von Mafia vor über zwei Jahren und setzten ihrer Elterngeneration, deren Gastarbeitern ein Denkmal damit. Seitdem gab es viele Projekte, die die Geschichte der Einwanderung nach Deutschland, die immer eine Geschichte der Kämpfe ist, erzählt haben. Als zum Beispiel Kanaka-Tag 2001 an der Berliner Volksbühne die Geschichte der ersten Generation Gastarbeiterinnen erzählte und auf die Bühne brachten, saßen im Zuschauerraum die erwachsenen Kinder dieser Generation, die zweite, dritte Generation und trauten ihren Augen und Ohren nicht, diese Geschichten der Kämpfe ihrer Eltern zu hören, die sie eben selber nicht kannten, obwohl es ihre eigenen Familien waren. Sie hatten ein falsches Bild von dieser Generation als niemals aufmuckende, brave, alles erduldende Menschen und waren überrascht, die vielen Geschichten des Widerstands, der Taktiken der Solidarität darin zu hören. Diese Geschichten bilden ein Netz von Erinnerungen, das aus Hoffnung und Enttäuschung gespeist ist, aus Gewalterfahrung und Solidarität, aus Niederlagen und Erfolgen, die sich aber immer um das gute Leben drehen, sprich immer um einen Kampf um Rechte in einer Situation der strukturellen und systematischen Entrechtungen. Projekte wie das Migrationsmuseum Domit, was heute auch hier war und sein tolles Projekt Mein Wanderungsland vorgestellt hat, oder die große Ausstellung 2005 in Köln, Projekt Migration, die zum ersten Mal systematisch eigentlich die Einwanderungsgeschichte, die Geschichte der Migration aufgezeichnet haben. Dann folgten die ersten Dissertationen der zweiten, dritten Generation, die sozusagen diese Geschichte erforscht haben. Also es brauchte sozusagen die Menschen selber, die dann diese Forschung gemacht haben, auch an den Universitäten, die Geschichte der Migration in der Kämpfe. In der Kultur, in der Kunstproduktion setzte sich eine andere Perspektive ein. Ihr kennt alle das Maxim-Gorki-Theater, die kanakische Perspektive, das Moment zentral Sätze in seiner Arbeit. Politische Stiftungen beschäftigen sich plötzlich mit Migration. Es entstand das neue deutsche Kino, die neuen deutschen Medienmacher und die neuen deutschen Organisationen, die mittlerweile in einer ganz anderen Liga spielen. Und dennoch, selbst nach diesen 20 Jahren, in denen so viel passiert ist, gibt es eben keine Selbstverständlichkeit, Migration als Teil unserer Gesellschaft zu denken. Als etwa 2015 eine Million Menschen sich ihren Weg nach Europa erkämpften, konnte man sich den Eindruck nicht erwehren, die Deutschen würden zum ersten Mal in ihrem Leben Ausländer sehen. So als ob wir hier nicht schon seit 60 Jahren leben würden und jeden Winkel dieser Gesellschaft geprägt haben. Und auch die Rückkehr des Völkischen und von Pegida an AfD und Co. erstaunt vor dem Hintergrund, dass hier über 10 Millionen Menschen mit Migrationsbiografie leben und in Städten mittlerweile ist es jede dritte Person. Und dass sozusagen jede Fantasie eines deutschen Deutschland oder wie immer man es nennen will, sowieso völlig unmöglich ist und einfach schon längst Geschichte ist. Aber es macht eben auch deutlich, dass das faschistische Projekt auf dem Feld des Rassismus gewinnt und eben auch nur auf dem Feld des Antirassismus geschlagen werden kann. Denn nicht nur rechte, sondern auch auf linke Blick auf Migration ist immer noch von einem Objektverhältnis geprägt. Die Perspektive der Mobilität und der Migration, sozusagen die Perspektive von unten einzunehmen, scheint immer noch schwierig. Diese Haltung ist immer noch marginal, auch oder ich würde auch sagen, ja auch in linken Kreisen. Aber wofür brauchen wir eigentlich eine migrantische Perspektive? Zum Beispiel im Journalismus, wie es die neuen deutschen Medienmacher tun. Das ist doch eigentlich nur gutes Handwerkszeug, einer der Wahrheit verpflichteten Berichterstattung. Und wozu soll eine Linke eigentlich eine migrantische Perspektive einnehmen, wo sie doch eigentlich gegen jede Art der Unterdrückung kämpft? Was soll also das Potenzialitätsgeschwurbel der Migration, wie man ein Kollege aus der Linkspartei es nannte? Der NSU-Komplex wäre eine mögliche Antwort auf diese Frage. Die Betroffenen wurden nicht nur von den Nazis angegriffen, sondern danach von den Behörden, der Presse, der Politik und der Öffentlichkeit isoliert und fremd gemacht. Und auch die Linke hat die angegriffenen migrantischen Communities nicht geschützt. Nach Jahren der solidarischen Arbeit, in denen ein Zuhören des migrantisch situierten Wissens im NSU-Komplex und darüber hinaus organisiert wurde, fangen wir langsam an zu verstehen, was struktureller Rassismus bedeutet und wie er unsere Gesellschaft ordnet. Von rechts werden alle Themen über Migration verhandelt, auch wenn es um ganz andere Dinge geht. Etwa der Angriff auf gesellschaftlichen Zusammenhalt, der Angriff auf die erkämpften Frauenrechte, auf faire Arbeitsverhältnisse, auf würdiges Wohnen. Alles wird über die Figur des Migranten und zur Zeit vor allem des geflüchteten Migranten und der Migranten erprobt und durchgesetzt. Und sie sind es aber auch, die gegen all diese Ausschlüsse tagtäglich kämpfen und uns daran erinnern, was eigentlich das Versprechen der Demokratie beinhaltet. Der Young Migrants Book ist nun ein weiterer Baustein in der Stärkung dieses Wissens. Er versammelt Texte zu völlig alltäglichen Dingen, wie Schule, Arbeit, Sexualität, Musik, Liebe, Sport, Schönheitsnormen und so weiter. Der Blick der jungen Autoren und Autorinnen speist sich aber nicht nur aus einem individuellen, sondern aus einem kollektiven Wissen ihrer Familie, ihrer Nachbarschaftszirkel, ihrer Nachbarschaften, ihrer Freundschaftszirkel und unterscheidet sich daran eben von anderen Blicken. Diese Perspektive ist keine zusätzliche, die man sich auch noch anschauen kann, sondern sie ermöglicht ein grundsätzliches Verständnis von Exklusion und Solidarität. Und das brauchen wir zur Zeit mehr denn je. Der Young Migrants Blog ist ab heute ein Teil eines viel größeren Netzwerkes, in dem wunderbare Akteure schon lange tätig sind. Einige von ihnen haben wir heute eingeladen und heute tagsüber haben wir uns in dem Barcamp schon mit anderen Bloggern und Bloggerinnen vernetzt und ihre Projekte kennengelernt. Und nun heute Abend erweitern wir den Fokus auf ganz unterschiedliche Zugänge und Strategien. Und wir sind super stolz, dass wir für unsere beiden Podien, die nun gleich beginnen werden, solche tolle Menschen gewinnen konnten, die schon bereits Unglaubliches geleistet haben. Mit ihnen eint uns das Wissen, dass das Problem Rassismus heißt und die Antwort darauf eine migrantische, eine schwarze, eine Rassismus erfahrene sein muss. Und bevor sich aber gleich die Panelgäste von Maurer und Ann-Kathrin vorgestellt werden, beginnen wir erst noch kurz mit einer Lesung. Denn es sind die Stimmen der Young Migrants, auf die es ankommt. Viel Spaß.